Wie habe ich mir meine Beziehung manifestiert? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Smile for your life. Einfacher, einfacher leben. Dem Podcast rund ums glücklich sein, glücklich leben und glücklich werden. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smile for your life. Einfacher, einfacher leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast. Und wie immer am Anfang ist es das erste Mal bei mir, bitte ich dich in einer der vorigen Folgen anzufangen. Und bist du ein regelmäßiger Zuhörer meiner kleinen Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dieses Mal gibt es eine kleine Geschichtsstunde, eine Geschichtsstunde, eine kleine Geschichtsstunde von mir aus meinem früheren Leben. Für euch gehe ich nochmal in das Gefühl von früher rein. Und früher meine ich 2005. 2005 war für mich, wie sagt man, rock bottom. Boden ging nicht mehr. Gerade eine frische Trennung hinter mir. Am Boden zerstört. Damals überhaupt nicht begriffen, wie gesetzte Anziehung funktioniert. Und habe es dann geschafft, wirklich eine unschöne Geschichte nach der anderen in mein Leben zu ziehen. Das war wirklich, da fragt man sich zwischendurch mal, wieso scheißt der Teufel eigentlich auf den größten Haufen? Was ist da los? Habe ich Mist am Schuh? Und ja, hatte ich. Damals hatte ich meine Gedanken noch lange nicht unter Kontrolle. Um Gottes Willen. Ich war eher Autopilot, Zufallsgenerator. Ich habe das Gefühl, ich werde belebt und darf nur noch reagieren und agieren ist gar nicht mehr drin. Zu kleinen Vorgeschichten. Meine heutige Frau, die liebe Nicole, die Dame, die immer sagt, Love of Attraction, anstatt Love of Attraction, was das Ganze noch viel, viel besser umschreibt, kannte ich schon damals aus meiner Ausbildung. Und ich war damals schon hin und weg, hat aber nicht sahen sein. Sie in einer Beziehung, ich, sie sich nicht trennen konnte. Und lange Geschichte, ganz dramatisch. Mensch, ich bin zur Marine gegangen, bin zur großen See gefahren. Ich wollte zur großen See fahren, hat aber nie funktioniert. Das heißt, ich bin irgendwann in Berlin gelandet. Und beim Aufräumen, damals 2005, 2006, es geht eher Richtung schon 2007, habe ich einen alten Karton gefunden mit Briefen von ihr, die ich aus Gründen, die mir heute völlig klar sind, aber damals völlig irrational vorkamen, habe ich Briefe von ihr gefunden und ein altes Foto. Und ich weiß genau, wie es war. Es war damals 2007. Ich habe, dazu darf man wissen, mir den Frust auf gute 130, 133 Kilo angefressen. Nicht ein Gramm Muskeln dran, aber jede Menge Fett, ungesundes Leben, viel Fast Food und einen ziemlich ungesunden Lebensstil. Und ich hatte dieses Bild von ihr. Und das habe ich mir an, ich hatte so einen alten Southern Comfort Spiegel und habe ihn rangemacht und habe mir immer gesagt, wenn wir uns wiedersehen, dann nicht so. Dann wird sie entweder sehen, was sie verpasst hat, oder es wird funktionieren. Die beiden Varianten wird es nur geben. Und dabei habe ich ein Erfolg, ich habe dann gesagt, so darf ich mich so fett, wie ich damals war, so trete ich ihr nicht in die Augen. Das ist mir ja peinlich, das darf einfach nicht sein. Also habe ich damals voller Unwissenheit einfach mal ein paar alte Schuhe angezogen, bin laufen gegangen und um der nächsten Ecke herum quasi gestorben, um festzustellen, das kann ich nicht. Also bin ich in die Bücherei gefahren, habe mir, das waren noch viele Zeiten vor Internet, Runner's Bird geholt, Laufplan, habe angefangen mit einer Minute laufen, eine Minute gehen. Warum erzähle ich euch das? Währenddessen, während dieser Laufgeschichte, während des Laufens, habe ich mir immer vorgestellt, mit allen Sinnen, wie es sein wird, wenn wir uns wieder treffen. Wie es sein wird, wenn sie verblüfft von mir ist, wenn sie sieht, was ein toller Mann ich geworden bin, was ein toller Typ ich bin, dass die Liebe neu auflöst. Ich habe mir das wirklich, wirklich immer vorgestellt. Und irgendwann war ich halt so weit am Laufen, es ging von eine Minute gehen, zu eine Minute laufen, dann drei Minuten gehen und irgendwann war es so weit, dass ich eine Stunde gelaufen bin, anderthalb Stunden bis zu zwei Stunden und diesen zwei Stunden war mein Kopf aus. Ich habe nur diesen Film verfolgt. Was ist, wenn wir uns treffen? Wie wird es aussehen? Was wird es sein? Wie werde ich mich fühlen dabei? Wie wird es sein? Ich habe das ungefähr hundert Mal durchgespielt. Wenn ich ihren Eltern begegne, wenn wir uns das erste Mal wiedersehen, was werde ich sagen? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich, wer? Und ich habe mir vorgestellt, welcher Typ Mensch möchte ich sein, den sie wieder trifft, der sie verblüfft, von dem sie beeindruckt wäre. Und das habe ich immer wieder gemacht, immer wieder gemacht, immer wieder gemacht. Lange, kurz, kurze Rede, langer Sinn. Ich habe im Februar mit dem Laufen angefangen und original, wir haben uns wieder getroffen am 8. September 2007. Ich habe einen Tag vorher meine offiziellen Entscheidungspapiere bekommen und wir haben uns einen Tag später getroffen und ich sage euch, es war, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt genau 97 Kilo gewogen. Ich habe mir gute 40 Kilo weggelaufen oder 35 war konditionstechnisch in der Form meines Lebens und wir haben uns gesehen und es hat sofort Peng gemacht, weil wir uns das vorgestellt haben. Und was soll ich sagen? Heute im Jahr 2023 ist das, wo ich es aufnehme. Mittlerweile sind wir verheiratet. Es ist, ich muss nachrechnen, 2007. Es sind 16 Jahre später. Wir sind glücklich verheiratet. Und wir erleben das Leben unserer Träume immer ein Stück weiter. Wir haben einen wundervollen Sohn. Wir wohnen in einem wundervollen Haus. Und hättest du mir damals, 2005, erzählt, wie mein Leben heute aussieht, fast 20 Jahre später, hätte ich dir den Vogel gezeigt. Heute, heute weiß ich, was ich da gemacht habe. Eigentlich, nicht ohne, nicht eigentlich. Ich habe wirklich Bestellungen beim Universum manifestieren damals gemacht. Ich habe es mir in allen Sinnen vorgestellt. Ich habe mir überlegt, wie es sein wird. und ich kann dir sagen, dass wir uns wieder treffen, weil sie bei Kiel, das ist so, für die, die sich nicht auskennen, Hamburg, Kiel, Dänemark. Und im September haben wir uns getroffen und die Älteren von euch, die vielleicht so etwas kennen wie StudiVZ, darüber haben wir uns wieder getroffen, aus einem Impuls heraus. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich bin da nämlich über eine Freundin drauf gekommen, die sagt, Mensch, da kann man alte Schulfreunde wiederfinden, die ich nämlich auch aus Kiel kannte. und darüber, darüber habe ich einfach den Impuls nachgegeben, ich suche mal nach ihr. Ich gebe mal ihren Namen ein und den Namen habe ich auch gefunden. Kein Bild, so ein bisschen so, was sie so macht und das hätte passen können, also habe ich ihr einfach geschrieben. Die Frage ist, das Universum, das Leben, ich kriege mal ein bisschen Stress drauf, wenn das heißt, das Universum, geht das euch auch so? Ich habe da sofort irgendwie Klangschalen-Vibes. Also das Leben, das Gesetz der Anziehung spielt die Weichen auf eine Art und Weise, die wir uns im Leben nicht vorstellen können. Ich wusste nicht, dass es Studi-VZ gibt. Ich wusste nicht, ich musste vorerst mal eine alte Schulfreundin wieder treffen, die ich durch Zufall wieder getroffen habe. Die hat mich darauf gebracht, um sechs Ecken, das hätte ich mir noch nicht ausdenken können. Nein, überhaupt nicht. Und dann im Juni, beziehungsweise kurz oder vor nach ihrem Geburtstag, angeschrieben, sie hat erstmal nicht geantwortet, was sie gesagt hat, den Typen kann ich jetzt erstmal nicht gebrauchen. Ich kann das jetzt in meinem Leben nicht gebrauchen. Hat mir dann doch irgendwann geantwortet und die Geschichte im September haben wir uns getroffen und der Rest ist Happy Ending und meine Kollegen, meine Lieblingskollegen auf der Arbeit würden immer sagen, es ist so wunderschön romantisch bei euch, ich könnte fast kotzen. Und ich weiß, das sagt sie nur und das sagt sie auch, weil sie so etwas auch haben möchte. Und natürlich, wir haben auch unsere Themen und die Beziehung zwischen zwei Menschen ist etwas hochindividuelles und es sind immer die Gedanken, die du hast. Wie ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt habe, ich bin der klassische Schranktürenauflasser. Immer wieder. Ist mein Thema auf der Arbeit. Ich weiß nicht, woran sie liegt, aber es ist irgendwie mein Thema. Und meine Frau, Grund, also meine Frau ist da total liebevoll, wenn sie den Staubsauger in der Hand hat, Staubsaugen, dann steht er da irgendwann noch, weil sie noch etwas anderes machen wollte und der Stecker steckt drin. Jetzt habe ich natürlich die absolute Wahl, mich darüber aufzuregen und das Verhalten ihr, also ihr Verhalten, komplett zu kritisieren, sie niederzumachen und sagen, wie kannst du so blöd sein, was soll denn das, meine Fresse, merkt ihr das doch mal. Ja? Oder das mit im Geistigen, im Herzen, mit Herzkonfettchen zu überstreuen, zu schmunzeln, dem Ganzen eine komplett andere Bedeutung zu geben und dann zu sagen, alles klar, ich mache das einfach weg. Und der Fokus auf dieses Positive sorgt dafür, dass andersrum, würde ich den anderen Weg gehen, den Klassiker, dafür zu sorgen, das finde ich doof, ändere das, ändere dein Verhalten, damit ich mich besser fühle. Weil nur darum geht es ja. Es geht darum, dass jemand anders sein Verhalten ändert, damit ich mich besser fühle. Was für eine Scheiße. Mal ganz ehrlich. Sondern in diesem Fall geht es darum, wenn ich das so machen würde, hundertprozentig gesetzte Anziehung, Law of Attraction, Law of Attraction, würde ich mehr Dinge in diesem Leben, im Leben meiner Frau und unserer Ehe finden, die mich stören würden. Und das würde passieren. Und wenn du immer mehr Dinge in dieser emotionalen Abwärtsspirale findest, 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 dann bin ich mir ziemlich sicher, dann würde irgendwann das Ganze zerbrechen und auseinanderdriften. Und jetzt nenne ich das heilige Orakel. Die meisten Menschen, die ich in Beziehungen lebe und erlebe, sagen ganz oft irgendwas und schön ist mit ihrem Partner. Die treffen sich mit der besten Freundin und lassen sich über den Menschen, den sie lieben, aus, wie er sich doof verhält. Mal ganz ehrlich, mich wundert gar nicht, eigentlich wundert es mich, dass die Scheidungsrate noch so gering ist. Wenn Menschen so miteinander umgehen, dass die Leute sagen, sowas wie, naja, nochmal heiraten würde ich nicht, dann, dann habe ich doch irgendwas falsch gemacht, oder? Sondern weil ich immer darauf den Fehler bei anderen Menschen sehe. Und natürlich, wenn du immer noch in dieser Medien-Nachrichten-Welt drin bist, da wird der Finger immer in die Wunde gelegt. Immer noch einen drauf. Immer so ein negativer Beigeschmack. Selbst wenn etwas super Innovatives passiert und jemand erfindet irgendwas und hat was Tolles, habe ich irgendwann mal in einer Nachrichtensendung erzählt, da wurde 20 Minuten über irgendwas hoch Innovatives geredet, gesprochen, was auch immer. Und mich hat das echt begeistert. Wow, das kann die Welt verändern. Das ist cool, das wäre richtig geil. Und der Moderator dieser Sendung schloss die Sendung mit den Worten, naja, mal schauen, ob sich das durchsetzt. What the fuck? Wieso? Das ist das, was am Ende bleibt. Der erste Eindruck, es zählt und der letzte ist der, der bleibt. Warum? Und wenn wir natürlich darauf gucken, was unser Partner falsch macht, was unser, und das kannst du auf dein Kind beziehen, auf was auch immer. Wenn ich meinen Junior anschaue und na klar, man muss ihn erziehen und darf nicht alles selber machen, er darf Erfahrung machen, aber die Erfahrung vor das Auto zu laufen, finde ich jetzt auch ziemlich kacke, also reglementiere ich das schon so ein bisschen, was das angeht und gewisse Dinge darf er einfach machen und je mehr ich darauf achte, was er falsch macht, in Anführungsstrichen, weil es gibt keine Fehler, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man und ich freue mich jedes Mal, wenn ich gelernt habe, weil sonst wäre ich nicht auf dieser Welt. Der Lütte hat, wenn er beim ersten Mal aufstehen, Laufversuch, hinfall, gesagt hätte, nee, kein Bock, das wird nichts, scheiß drauf, keine Chance, laufen ist für mich unmöglich. Da würden wir alle noch, alle noch auf allen Vieren rumkriechen oder gar nicht auf dieser Welt sein, sondern wir machen Erfahrungen, wir lernen, wir wissen, wie es nicht funktioniert, passen uns an, das ist ein Kreislauf. In meiner Bundeswehrkarriere gab es da so einen klassischen Führungsvorgang, da hieß Lagerfeststellung, dann kam die Planung, dann kam die Befehlsgebung und dann die Kontrolle. Heute in der modernen Variante heißt das PDCA-Zyklus, die alle bei euch ein bisschen die Führungsverantwortung haben, wissen, das heißt ein Plan, Do, Check, Act. Das Ding dreht sich dann immer wieder im Kreis. Ich bin halt aus der Bundeswehrzeiten auch, da wird die Lage neu festgestellt, da gibt es eine neue Planung, da gibt es eine neue Befehlsgebung und so weiter und so weiter und so weiter. Zurück also zum Ursprung. Viele Menschen erzählen einfach unschöne Dinge über andere Menschen und daher auch das Thema mit meiner Smile-Philosophie. Sehe alles und jeden als positiv an und so schwierig das manchmal auch ist und bei manchen Tagen und an manchen Menschen kann man ein bisschen intensiver suchen und das Ganze gilt natürlich auch für mich selber. Ich darf an mir auch alles gut sehen und positiv sehen. Ich darf alte Dinge loslassen. Ich darf mir verzeihen für Dinge, die ich noch nicht wusste, weil ich aus dem besten Wissen und Gewissen gearbeitet habe. Ist ja nicht so, dass ich morgens aufstehe und mir überlege, heute versauge ich mir mein Leben. Nein, ganz im Gegenteil. Wir handeln alle und das ist eine in mir zutiefst verankerte Grundannahme. Jeder Mensch handelt aus der besten Option, die ihm in diesem Moment zur Verfügung steht. Und wenn ich das mache und ich das so annehme, dann fällt es relativ schwer, Menschen für ihr Verhalten zu verurteilen. Man kann ihnen bessere Optionen aufweisen. Und wenn du natürlich dazu noch weißt, wenn du schon ein längerer Zuhörer meiner Show bist, alles in deinem Leben gehört dir. Nicht nur 40%, nicht nur 60%, 100%. Und wir wollen natürlich absichtlich ein positives Leben für uns erschaffen und das nicht per Zufallsgenerator oder Lotteriespiel. Also, wenn du da draußen gerade eine Beziehung hast, zähl doch mal bitte auf die wundervollen Dinge an deinem Partner, was du so sehr an ihn liebst, wie dankbar du dafür bist, dass du mit diesem Menschen zusammen sein kannst. Und wenn du keinen Partner hast und dir einen wünschst, das ist natürlich die Voraussetzung, dann überlege doch mal, wie wunderschön es sein kann, einen Menschen zu treffen, der dich noch glücklicher macht. Denn glücklich werden, dass du alleine. Jemand, der dich noch glücklicher macht. Jemand, mit dem du dein Leben verbringen magst. Jemanden, mit dem du wirklich jeden Tag deines Lebens verbringen magst bis zum Ende. Denn wenn wir die kleinen Schnulzen im Fernsehen sehen und die anzeigen, wenn die jemand, was ich 75 Jahre zusammen waren, ey geil, ich wäre doch dieser, gern dieser Mensch, der diesen Menschen gefunden hat, ich habe ihn gefunden. Mein Sohn, fünf, fragte mich diese Woche, Mama, Quatsch, Papa, ist Mama eigentlich deine Traumfrau? Und ich musste ihm sagen, ja, das ist so. Ich habe für mich meine Traumfrau gefunden. Und sie ist perfekt, so wie sie ist. Und wie sie vorher war, war sie perfekt und wie sie sich weiterentwickeln wird, ist sie genau richtig, wie sie richtig ist. Also, wenn du keinen Partner hast, stell dir vor, wie es sein könnte, dass keine bestimmten Personen oder sonst sowas, ich wünsche mir einen Menschen, der mich genauso liebt, wie ich ihn liebe. Ich wünsche mir einen Menschen, der mich noch glücklicher macht. Und wenn ich meinen Partner habe, bin ich dankbar für diesen wundervollen Menschen, der sein Leben, seine Lebenszeit mit mir teilt. Und so kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Und diese Folge endet natürlich mit einem Zitat der Woche. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mahatma Gandhi. Vielen Dank, dass du dir auch dieses Mal wieder, wieder, wieder mal die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Ich nehme das nicht als verständlich. Ich freue mich über jede Nachricht. Und dieser Shoutout geht raus an Bernd. Bernd, wenn du das hörst, ich habe deine Nachricht die Tage gelesen. Ich antworte dir noch, mir ist fast eine Freudenträne runtergefallen. Es ist so schön, das gelesen zu haben. Vielen, vielen Dank. Und ich antworte dir bald. Und falls ihr noch die Möglichkeit habt, damit andere diesen Podcast auch finden, geht auf Spotify, auf Apple Podcast, Google Podcast, wird es bald nicht mehr geben, das stellen die ein. und teilt diesen Podcast, damit auch andere ihn finden können und vielleicht die Chance haben, ein selbstbestimmteres, glücklicheres Leben zu werden, denn ihr wisst, glücklich sein ist keine Glückssache. In diesem Sinne, Smile for a Life, dein Mark. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und falls dir diese Folge und natürlich auch dieser Podcast gefällt und du anderen dabei helfen möchtest, dass er auch schneller gefunden wird, dann kannst du das tun, indem du es natürlich an die Leute direkt teilst oder auf Spotify, Apple und Google gehst oder die Plattform, die du gerade hörst, mir eine Bewertung und ein Daumen nach oben oder ein Sternchen da ist. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns connecten und du mir vielleicht schreibst unter podcast.smileforalife.de oder besuche mich auf meiner Webseite oder auf Instagram oder Facebook.